Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Gears of War, dem bombastischen Third-Person-Shooter und ich würde mal sagen, ich gehe auf Spielfortsetzen und jetzt gehen wir zurück in den Kampf mit der Berserkerin. Ja, das müssen wir. Ja, die Berserkerin ist uns auf den Spuren. Noch ein Toter und der hat sogar zwei Granaten, das ist gut. Jetzt habe ich dann insgesamt schon vier Stück, das ist gut. Es geht weiter. Okay, der Weg ist versperrt. Wie sieht es mit den anderen aus? Der ist nicht versperrt. Hier liegt noch ein weiterer Hammer der Morgenröte, aber ich habe ja schon einen. Kann er jetzt sein, dass ich in den Kreis gelaufen bin? Ja. Ähm. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay. Okay. Okay, ich muss gerade hier den Weg finden. Vielleicht geht es da entlang. Granaten sind voll, ja, gut. Aber weiter geht es auch irgendwie nicht. Boah ey, bin ich jetzt zu blöd, den Weg zu finden? Okay, anscheinend war ich hier noch nicht. Denke ich mal. Hoppsala. Dominik aufheben. Und weiter. So, ab nach hier. So, jetzt mal hoffen, dass das Ding hier reinkommt. Ich lock das Ding mit einem Schuss. So. Und. Hopps. Zur Seite. Und das hat mich gebracht. So, jetzt muss ich nur noch hoffen, dass das Ding gegen die Tür rennt. Dann habe ich es nämlich geschafft. Ich nehme schon mal den Hammer der Morgenröte vorsichtshalber raus. Wegen der Tür. Okay, das Ding sollte jetzt mal langsam kommen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Ja. Hab ich gemerkt. Und. Hopps. Nein, es hat nicht geklappt. Letzten Kontrollpunkt laden. Hoffentlich war es an der Tür. Bitte. Diese Berserker, ähm, falls ihr euch fragt, warum das Ding so blind an einem vorbeiläuft, äh, liegt ganz einfach daran, weil es, weil so eine Berserkerin blind ist. Ja. Die Berserkerin sind blind und orientieren sich anhand des Geruchssinns. Ziemlich praktisch. Und tödlich. Und ich warte immer noch, dass ich es eigentlich schaffe. Und. Okay, das war dumm. Naja. Meine Fressie, ich schaffe das jetzt auch wirklich nicht mehr, ne? Gerade hat es doch so gut geklappt. So, und jetzt raus hier. So, jetzt, äh. Ja, okay. Eine Tür, die das Ding einschlägt. Und jetzt lock ich das Ding mal mit Schüssen. So. Und hops. Jetzt hat es geklappt. Und hops. So. Dom, du bist mir jetzt erstmal egal. Ich will das Ding jetzt... Es ist nicht mehr viel Zeit. Na gut. Es hat auch nicht geklappt. Meine Güte. Kaum faile ich mal und hab's mal geschafft, fehlt der andere. Anders hätte ich's auch nicht erwarten können. So, jetzt nochmal. So, jetzt mach aber. Ey, der ist echt zu blöd zum Scheißen. Komm. Mach mal Platz. So. So. Jetzt geh mal aus dem Weg, Dom. Sonst wär's so umgerannt. So. Gemütlich nachgeladen. Kann ja nix passieren. Und hopp. So, und jetzt ab nach hinten. Und dann hoffen, dass das Ding die Tür einrennt. Dann hab ich's nämlich endlich geschafft. So. Ich nehm eben den Hammer der Maugenröte raus. Damit, äh... So, ich hab das Ding schon wieder mit... Das ist n'lau... So. So, das Ding sollte jetzt mal langsam kommen. Ja. Dominic kommt auch schon, hat er etwa Angst. Blöde Berserkerin. Und ausweichen. Tür mit... Ich hab's gerade noch im letzten Moment geschafft. Und dann... Oh. Muss natürlich immer nur mir passieren. Ähm. So. Jetzt Konzentration. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie oft ich im ersten Teil von Mass Effect, äh... Failen werde. Ich möcht... Ich sag das jetzt zwar... Ich sag zwar gegen den Welchenkampf, aber ich spoiler nicht warum. Den Kampf von Benesia werde ich nämlich beim Let's Play auf jeden Fall groß feilen. Das sehe ich jetzt schon vor mir. Und... Hopps. So. Komm schon Berserkerin. So. Okay, das Nachladen gefehlt. Musste ja kommen. Dominic ist langsam. Er beeilt sich nicht mal. Komm. So. Hopps. Hopps zur Seite. Und rein da. So. Jetzt muss ich es aber schaffen. Okay, der Raum wird immer enger, den ich zur Verfügung habe. Das heißt, es wird immer schwerer. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht failen werde. Das wird nämlich ziemlich ärgerlich. Ähm. Okay, Nachladen gefehlt. Hätte ich auch nicht einmal anders erwarten können, aber jetzt... Komm. So viel zum Thema nicht schießen. Das hier reagiert doch sowieso nicht. Oh, doch. Oh, doch. Da hinten kommt es. Tür ist immer noch zu. So, jetzt komm. Hey, das Ding ist echt zu blöd zum Scheißen. Und. Hopps. Geschafft. Nein. Hey, das Ding ist auch echt zu blöd. Komm. Mach die Tür auf. Echt jetzt. Das ist doch echt nicht mehr normal. Komm. und bam. Und BAM. Jetzt ist die Tür offen. Und jetzt ab nach draußen. Vielen Dank.